Hallo ihr Lieben, ich sitze hier gerade bei Roland Carvezas in seinem Studio. Wir nehmen gerade Gitarren auf für ein paar neue Vago-Tracks und wir möchten euch unbedingt auf etwas hinweisen, wo wir nämlich die neuen Tracks auch spielen. Nämlich am 26.03. spielen wir im Hamburger Planetarium, Premiere unseres Programms Vago Sundowner. Es ist eine musikalische Zeitreise durch den Chill Out. Wir starten am Café Del Mar im Jahre 2000 und im Laufe der Veranstaltung sieht das Tempo immer mehr an. Wir werden immer beatiger und landen dann irgendwann im Hier und Jetzt und spielen die Sachen, die wir heute auf den Chill Floors und auf den Festivals spielen. Es gibt wunderbare Visuals wie immer im Planetarium von Thomas Kraupe, tolle Leser von Mirko Kloweit. Es wird ein Abend zum Eintauchen und Abheben. Kommt vorbei, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.